Die Zukunft der Zahnmedizin, Innovationen pragen die Branche. Die Zahnmedizin hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt und wird auch in Zukunft von innovativen Technologien gepragit sein. Von digitalen Abformungen bis hin zu 3D gedruckten Zahnersatzteilen, die Magglichkeiten in der Zahnmedizin scheinen nahezu unbegrenzt zu sein. Eine der wichtigsten Innovationen, die die Branche revolutioniert hat, ist die Einvereinviertelung von digitalen Abformungen. Fra ein Viertel her mussten Zahnerärzte mal ein Viertel Samabdra ein Viertel CKI von den Zahninen ihrer Patienten nehmen, um meigefertigten Zahnersatz herzustellen. Heute kann in digitaler Scanner verwendet werden, um präzise 3D-Modelle der Zahnied zu erstellen, die dann als Grundlage F1 Viertel her die Herstellung von Kronen, Bra ein Viertel Zeten und Implantaten dienen. Diese Technologie spart nicht nur Zeit, sondern ärmerglicht auch eine genauere Passform und Arztetik des Zahnersatzes. Ein weiterer wichtiger Fortschritt in der Zahnmedizin ist die Einvereinviertelung von 3D-Drucktechnologie. Mit Hilfe von 3D-Druckern kann ein Zahnerärzte meigefertigten Zahnersatz direkt in ihrer Praxis herstellen, anstatt ihn in ein Labor schicken zum A1 Viertel SN. Dies ärmerglicht eine schnellere Behandlung und eine bessere Kontrolle A1 Viertel BER den Herstellungsprozess. DARA 1 Viertel BER hinaus bietet 3D-Druck die Magglichkeit, komplexe Formen und Designs zu realisieren, die mit herkömmlichen Herstellungsmethoden nicht maglich waren. Neben diesen technologischen Fortschritten gibt es auch eine Vielzahl anderer Innovationen, die die Zahnmedizin in Zukunft pragen werden. Zum Beispiel werden immer mehr Zahnarztpraxen auf digitale Patientenakten umstellen, um die Kommunikation und den Informationsaustausch zu verbessern. DARA 1 Viertel BER hinaus ERA FNEF neue Materialien und Behandlungsmethoden warlig neue Magglichkeiten FA 1 Viertel ER die Prävention und Behandlung von Zahnproblemen. Ein interessantes Feld, das in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, ist die Verbindung zwischen Zahnmedizin und KA 1 Viertel in estlicher Intelligenz. Durch den Einsatz von Algorithmen und maschinellem Lernen kann den Zahnerärzte präzisere Diagnosen stellen und personalisierte Behandlungsplane erstellen. DARA 1 Viertel BER hinaus kann den Patienten mithilfe von KA 1 Viertel in estlicher Intelligenz besser A 1 Viertel BER ihre Mundgesundheit informiert und motiviert werden, ihre Mundhygiene zu verbessern. Insgesamt ist die Zukunft der Zahnmedizin GEPRA GT von Innovationen, die die Behandlungsmaglichkeiten FA 1 Viertel ER Patienten verbessern und den Arbeitsalltag von Zahnerärzten erleichtern. Es bleibt spannend zu beobachten, welche neuen Technologien und Trends in den kommenden Jahren die Branche weiter vorantreiben werden. Eines ist jedoch sicher, die Zahnmedizin wird sich immer weiterentwickeln und modernisieren, um den steigenden Anforderungen an die Mundgesundheit gerecht zu werden. DARA 2 DARA 3 DARA 3 DARA 3 DARA 3